Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute geht es weiter mit Playmobil Knights. Wir sind wieder ein Playmobil Ritter und heute geht es erstmal zum Pfad des Hinterhalts und dann gibt es danach das Silberturnier, was wir selbstverständlich auch noch mitnehmen werden. So, wir sind sehr schnell unterwegs. So, wo sind denn die Trolle hier? Da sehe ich schon. Troll Nummer 1 So, einmal Kiste öffnen, dann hätten wir da nicht, wo Troll Nummer 2 sich ausschauen. Und Troll Nummer 3 Da ist Nummer 4 im Trank, machen wir hier die Tür auf und dann ist hier Troll Nummer 4, glaube ich. Sehr gut. So, also die Trolle haben wir hier auch noch platt. So, also die Trolle haben wir beendet. So, dann geht es hier weiter. Das ist natürlich eine App eher für kleine Kids, Leute. Macht aber trotzdem sehr viel Spaß hier, Playmobil Knights. Hä? Nein, ne? Nein, wir sind gescheitert. Könnte nicht sein. Wir müssen natürlich ein bisschen besser aufpassen jetzt. Oh Mann, wie viele sind das denn? Nein, ganz wichtig. Dann brauchen wir auch. Ganz wichtig. So, wo geht es jetzt weiter? Schau. Da. Keine Chance. Ja, sehr gut. Wieder einen Trank eingesammelt. Da möchte ich die Kiste öffnen. Ich habe die auch am besten. Da ist der Schlüssel, aber ich frage mich gerade, ob hier irgendwo noch ein Troll ist. Nein, ich sehe keinen. Oh, ich sehe keinen. Hey, was ist denn los? Ich brauche einen Trank. Nein, ich brauche keinen Rutsch. Ich brauche einen Trank. Alles. Es geht noch, drei Trolle sind über. Okay, Schlüssel. Wo ist denn noch eine Kiste? Warum scho... Irgendwo eine Kiste, Alter. Nein, 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 nein. Oh Mann. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich brauche einen Trank, jetzt können wir auch wieder in Angriff gehen, so ein Troll ist nur noch da. Ist das der hier? Ah, stimmt, stimmt, so öffnet sich die letzte Tür, nehmen wir aber noch die Kiste mit. Gut, so, damit hätten wir dieses Level jetzt auch geschafft, du bist jetzt ein Spitzenduo-Land, sehr gut, das werden wir jetzt sehen beim Silberturnier, Leute. So, wo ist denn unser Gegner? Ah, da. Oh. Ah, da mal ist das gleich. Du hast keine Chance. Ich bin jetzt ein Schwertkampf-Veteran. Sehr gut, Leute. Jetzt geht es in das finstere Tann und dann noch gar tief im Frost. Das sehen wir dann beim nächsten Mal bei Playmobil Nights, Leute. Wird euch das heutige Video gefallen? Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Darum machen, Leute, gar kein Problem, aber lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Tschaui!